Hallo, du bist also König und du hast kleines Geheimnis, was? Sie ist so alt, aber keine Angst, ich bin jetzt da und ich habe lecker, lecker, leicht für dich mitgebracht, ja! De la chère d'Amérique, ja! Gagane! Gagane! Na bitte? Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie, so beherrscht man einen Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich stehe ja gar nicht, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal, Zeit zum Fressen. Anna Bicke! Anna Bicke! Anna Bicke! Nein absolut! Nein absolut! Das war's. Das war's für heute. Entschuldigung! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist das? Was ist das?